Das ganze E-Mail-Marketing zu automatisieren, das ist die wahre Kunst. Und genau darum soll es heute gehen, denn mit Automatisierung ist noch viel mehr möglich. Und ich werde euch heute in dem Vortrag verraten, wie ihr 25 bis 40 Prozent mehr Umsatz machen könnt, ohne auch nur eine Minute mehr zu arbeiten. Ihr müsst einfach schneller arbeiten. Achso, und härter. Problem gelöst. Falls ihr sagt, ihr arbeitet schon sehr schnell und sehr hart, möchte ich euch die Alternative vorstellen. Die Alternative heißt, ihr arbeitet smarter. Ihr habt bessere Prozesse und Strukturen, die im Hintergrund laufen. Und dann können eure Kunden glauben, dass ihr 24 Stunden, sieben Tage die Woche arbeitet, obwohl ihr das gar nicht tut. Ihr werdet mehr Zeit haben für eure Familie, für eure Freizeit oder um am Unternehmen zu arbeiten und nicht mehr im Unternehmen. Und das Ganze DSGVO-konform und komplett automatisiert im Hintergrund. Denn Automation heißt eigentlich smarter arbeiten. Oder wenn man es richtig macht, smarter arbeiten lassen. Einmal ganz kurz zu mir. Mein Name ist René Joppe und ich bin Unternehmer aus Leidenschaft. Und ich komme aus dem Online-Marketing. Ich bin seit 2011 im Online-Marketing. Immer wenn ich das sage, komme ich mir so ein bisschen wie ein Dinosaurier vor. Aber ich weiß, hier gibt es Unternehmer mit viel mehr Erfahrung. Aber ich mache das aus Leidenschaft. Ich bin in dem Bereich Automation seit einigen Jahren. Ich bin auch Dozent für das Thema und seit 2017 jährlich zum Top-Consultant prämiert worden. Und wir bauen über 1000 Funnel pro Jahr. Nur, dass ihr mal eine Größenordnung habt. Also wir machen das und wir machen nichts anderes. Und es gibt so, damit ihr mich persönlich ein bisschen besser kennenlernt, was mich täglich antreibt. Ich bin ein Effizienz-Fanatiker. Ganz im Ernst. Immer wenn ich etwas tue, überlege ich, geht es nicht noch besser? Das fängt bei banalen Dingen an. Zum Beispiel, wenn ich Eier in den Kühlschrank packe. Ich kann das nicht anders. Ich muss darüber nachdenken. Und ihr könnt mir glauben, man kann Eier auf ganz unterschiedliche Arten in den Kühlschrank packen. Kühlschranktür auf, ewig offen lassen, jedes Ei einzeln sortieren. Dann ist doch die Frage, braucht man diese blöde Ablage überhaupt? Kann ich nicht die Packung komplett reinpacken? Das sind Dinge, über die ich nachdenke. Ich denke auch, wenn ich ein Restaurant besuche, nicht nur darüber nach, was esse ich jetzt, sondern warum sind die Laufwege so unpraktisch fürs Personal gemacht? Und ich denke auch, wenn ich Unternehmen sehe und überlege, wie Unternehmen arbeiten, und dann sehe ich, dass Vertriebsmitarbeiter wirklich Angebote, händisch, am besten noch mit Papier sich aufschreiben, wann sie wieder anrufen, da kriege ich Plagg. Dann sehe ich, was da an Effizienz verloren geht. Und das sind die Dinge, die mich täglich antreiben. Meine Freunde, die stehen auf mich, die vergleichen mich immer so ein bisschen, liebevoll. Aber ihr könnt davon partizipieren, weil ich habe genau mit diesem Mindset eine Agentur gegründet. Die Agentur heißt Autima und ich habe die nach meinem großen Vorbild gegründet. Bruce Lee. Und ich werde jedes Mal ganz sentimental, wenn ich es lese, wer dem Kantonesisch jetzt nicht so sicher ist, ich übersetze es mal kurz. Er hat gesagt, ich fürchte nicht den einen Mann, der 10.000 Kicks einmal geübt hat, aber ich fürchte mich vor dem Mann, der einen Kick 10.000 Mal geübt hat. Das, was er damit sagt, ist Spezialisierung. Eine Sache immer wieder machen und immer besser machen. Und das ist genau das, was ich mit meinem Team tue. Und wir haben das für ganz viele tolle Unternehmen, ganz viele davon kennt ihr auch von hier, für die wir das machen. Und nochmal als Größenordnung, wir bauen im Jahr 1000 Funnel und wir versenden mit unseren Kunden über 10 Millionen E-Mails jedes Jahr. Und ich möchte euch heute ein paar der besten Learnings vorstellen, die ihr direkt mitnehmen könnt, dass ihr nachher rausgeht und sagt, ey, das Thema ist ja richtig geil. Der erste Gedanke, wenn man seinen Umsatz steigern möchte, ist sehr häufig, naja, wir brauchen mehr Umsatz, also brauchen wir mehr, ja, mehr Leads, mehr, oh, sehr uneinig, ich würde mal sagen, mehr Marketing so. Wir brauchen mehr Umsatz, machen wir mehr Marketing. Grundsätzlich übrigens eine gute Idee. Okay, also mehr Marketing passt grundsätzlich. Aber das Problem ist, wenn man einfach nur mehr Marketing macht, kann es sein, dass sich nicht jede Werbekampagne so gut rechnet, dass der Return on Invest so knapp ist. Oder wenn ich dann neue Kunden gewinne, dass dann auf einmal Chaos ausbricht, weil die ganzen Prozesse eigentlich nicht ideal sind und dann die Mitarbeiter im Fulfillment ersticken. Oder dass das Ganze jetzt zwar besser läuft, aber ich dann eigentlich gar keine Zeit mehr habe, um am Unternehmen zu arbeiten, weil man im Tagesgeschäft feststeckt. Und genau das kann man verhindern, indem man zu dem Marketing die automatisierten Prozesse dazu packt. Oder noch besser, die automatisierten Prozesse. Automatisierte Prozesse, um es mal ganz kurz zu sagen, die sind digital, die sind natürlich automatisiert, die sind hochgradig effizient und optimiert und die benutzen KI. Und das können wir überall im Unternehmen machen. Überall im Unternehmen. Es fängt bei den banalsten Dingen an, wie eine Terminlegung, wie eine Angebotsversand, wie eine Bewertung einholen, Kunden onboarden. Und ich könnte das den ganzen Tag erzählen. Es gibt ganz viele Prozesse. Und damit ihr einen perfekten Eindruck habt, was man machen kann, ist durch Automatisierung wird einiges möglich. Alle Werbung, die ihr nutzt, jede Facebook-Kampagne, jede Google-Kampagne, jede SEO, jede Conversion-Optimierung, wird durch Automatisierung besser. Es ist wie ein Unterbau im Unternehmen, könnt ihr euch vorstellen. Ihr habt optimierte Prozesse, was beim Fulfillment extrem hilft. Ihr habt einen weniger manuellen Aufwand. Ihr habt immense Zeit- und Kostenersparnis. Ich werde euch auch gleich ein paar Cases dazu zeigen. Und ihr habt mehr Zeit, um am Unternehmen zu arbeiten. Und ich möchte euch heute nicht nur ein, nicht nur zwei, sondern drei Cases vorstellen, wie man das Ganze praktisch macht. Seid ihr bereit? Yeah! Woo! Energy! Seid ihr bereit? Yes! Dankeschön, ich brauche die Energie. Also, starten wir mit Case Nummer eins. Wie du mehr warme Leads, warme Leads in der Pipeline hast, ohne zusätzliches Marketingbudget. Der Vertrieb hat sich verändert. Denk mal zurück, fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre. Gott, wann, was waren das für Zeiten? Wie einfach war Vertrieb? Man hat irgendwie Handschlag und dann war man im Geschäft. Und heute, ja, wir haben TV-Werbung, wir haben Plakatwerbung, wir haben Radio-Werbung, wir haben Social-Media-Kanäle, wir haben Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Wir kriegen E-Mails, wir kriegen SMS, wir kriegen Anrufe, wir kriegen Briefe. Wir werden erschlagen von Werbung. Und das verändert uns. Und das kann man statistisch auswerten. Wo es früher noch so war, dass ich ziemlich schnell mit jemandem ins Gespräch gekommen bin und dann war man sich einig, recherchieren die Menschen mehr. Sie haben ja viel mehr Möglichkeiten. Alle Informationen sind da. Und das heißt, wenn ich heute mit einem Menschen zum ersten Mal in Kontakt komme, habe ich im Schnitt noch ein bis zwei Prozent die Chance, etwas zu verkaufen, beim allerersten Kontakt. Das heißt, ich muss mehr Kontakte aufbauen. Und umso mehr Kontakte ich aufbaue, umso besser wird das Ganze. Und es gibt einen Sweet-Spot bei 20 Kontakten. Durchschnittlich im B2B brauchen wir 20 Kontakte, um die große Masse als Kunde zu gewinnen. 20 Kontakte im Schnitt. Wie sollen wir das machen mit Vertrieb? Und bevor wir da unten stehen bleiben und sagen, jetzt kommen wir nicht weiter. Und das haben wir alle im Vertrieb. Wir alle bekommen irgendwelche Leads. Wir kommen mit denen ins Gespräch. Dann ist es vielleicht der zweite, dritte Kontakt. Und die kaufen nicht. Passiert, oder? Passiert uns allen. Und was machen wir im Nachgang mit den Leads? Also bleiben wir da ganz konsequent an jedem dran, um 20 Kontakte zu machen? Ich glaube nicht. Und die Lösung kann natürlich nicht manuell sein. Die Lösung muss sein, dass wir eine Automation benutzen, um diese Kontakte herzustellen, um die Kontakte aufzuwärmen. Und das funktioniert erschreckend einfach. Stellt euch vor, ihr generiert Leads und die Leads kommen bei euch ins Gespräch und ihr schließt nicht ab. Passiert. Passiert übrigens mit den meisten. Also die größte Menge in eurer Datenbank sind höchstwahrscheinlich die, die nicht abgeschlossen haben. Ganz normal. So, und jetzt fangt ihr an und schreibt eine richtig geile Content-E-Mail. Ich sage auch bewusst nicht Newsletter. Ihr schreibt eine Content-E-Mail. Was ist der Unterschied zu einer Content-E-Mail? Sie ist inhaltlich bärenstark, hat einen Call to Action und sie ist zeitlos. Also sie wäre gestern aktuell gewesen, sie ist heute aktuell, sie ist morgen noch aktuell. Nicht irgendein politisches Ereignis, sondern ihr benutzt etwas, was über die Zeit greifbar ist und schickt eine richtig gute Content-E-Mail raus. An alle die, die nicht abgeschlossen haben. So, und dann warten wir zum Beispiel zwei Wochen und dann schicken wir die nächste Content-E-Mail raus. Kleiner Tipp, wenn man sowas automatisiert, ich könnte zum Beispiel ja warten, zwei Wochen bis, ich mache mal ein Beispiel, Montagmorgen. Das heißt, ich weiß, diese E-Mail kommt immer am Montagmorgen. Und wenn die am Montagmorgen kommt, kann ich eine automatisierte E-Mail anfangen mit den Worten, ey Hans, ich hoffe, du hattest ein grandioses Wochenende. Ich habe die Woche ein Anliegen, lass uns doch nochmal über folgendes Thema sprechen. Bla, bla, bla. Dir einen guten Start in die Woche. Denkt man dann, dass das automatisiert ist? Man kann das richtig warm gestalten, sodass die Gegenüber denken, ihr habt gerade die E-Mail geschrieben. Zwei Wochen später kommt die nächste Content-E-Mail, dann kommt die nächste Content-E-Mail, dann kommt die nächste Content-E-Mail. So, jemand, der in Woche eins eingestiegen ist und jetzt in Woche drei ist und die generiert einen neuen Lied, startet der in Woche eins. Dann rutschen alle zwei Wochen nach und dann generiert ein neues Lied, dann startet der in Woche eins. Das heißt, ihr setzt das einmal auf und es läuft im Hintergrund. Und jetzt gibt es dazu nicht nur die Logik, dass jede Content-E-Mail natürlich irgendwo einen einzelnen Kunden generiert. Passiert. Jede E-Mail, die ihr verschickt, generiert einen Kunden. Aber das viel geilere ist, wenn ihr das Ganze jetzt ein bisschen smart betrachtet. Denn es gibt ja Menschen, die klicken auf die E-Mail, lesen sich das durch, gehen auf eure Webseite und schauen sich zum Beispiel noch so eure Referenzprojekte an, eure Testimonials, eure Leistung und beschäftigen sich mit euch. Kurze Frage, sind diese Leads jetzt warm oder nicht? Ich würde sagen, ja. Oder? Die waren mit euch im Gespräch, die öffnen eure E-Mail, die lesen das, gehen auf die Webseite und sind doch jetzt warm. Und genau deswegen würde ich die jetzt nehmen, filtern und an euer CRM pushen und den Vertrieblern sagen, die bitte heute zuerst anrufen. Und schon wird aus einer Content-E-Mail eine Lead-Generierungsmaschine. Ich kann übrigens auch alle, die meine E-Mail öffnen, jetzt benutzen und auf den Retargeting schalten. Das heißt, man benutzt diesen Unterbau interdisziplinär und generiert an allen Ebenen mehr. Kunden, die wir sowas machen, sind Industrieunternehmen. Zum Beispiel haben wir hier automatisiertes Upselling-Crossing nach genau dieser Logik gemacht und wir haben in den drei Jahren mittlerweile 398% mehr Umsatz bei identischem Traffic gemacht. Das geht. Also, wenn ihr solche Prozesse habt, die Vertriebspipeline fühlt sich von alleine durch ein Content-Funnel, mit den gleichen Leads, die ihr schon habt. Es werden Wabe-Leads schneller identifiziert und ihr erzählt höhere Abschlussraten. Ich stelle euch noch ein Case 2 vor. Ihr bekommt mehr Aufträge bei der gleichen Anzahl an Angeboten. Was machen die meisten Unternehmen? Die meisten Unternehmen schreiben Angebote, Angebot wird manuell versendet, dann gibt es irgendeinen Reminder im Kalender. Drei Tage später ruft man an, dann erreicht man den Kunden vielleicht nicht oder der Kunde sagt, er hat das Angebot noch nicht gelesen. Und was passiert statistisch? Statistisch, der Kunde wird vergessen. Statistisch fassen 52% der Vertriebler einmal nach. Wenn ihr die Grafik von gerade eben noch im Kopf habt mit 20 Kontaktpunkten, dann wisst ihr, was das bedeutet. Einmal ist keinmal. Deswegen muss man diesen Prozess automatisieren. Und wenn man den Prozess automatisiert, funktioniert das so, ihr versendet das Angebot über eine Software. Und die Software prüft, hat der Kunde das Angebot überhaupt geöffnet oder nicht. Wenn ihr es nicht öffnet, gibt es einen automatischen Reminder dafür. Spannend wird es aber, sobald der Kunde das Angebot öffnet. Denn in dem Moment, wo der Kunde das Angebot öffnet und liest, bekommt eurer Vertriebler eine SMS auf sein Telefon. Folgender Kunde liest jetzt gerade das Angebot. Und dann klickt der Vertriebler drauf, sagt, lieber Kunde, ich musste gerade an Sie denken, haben Sie es zufällig schon geschafft, unser Angebot, ach, Sie haben es gerade offen. Lassen Sie uns doch direkt drüber sprechen. Glaubt mir, die Kunden beschweren sich darüber nicht. Er erzielt aber massiv höhere Abschlussraten. Wir haben das umgesetzt bei ganz vielen Unternehmen, unter anderem auch in Eventagenturen. Angebotsnachverfolgung haben wir 43% mehr Aufträge generiert aus den gleichen Angeboten. Über 100.000 Euro mehr Umsatz und über 200 Arbeitstage Zeit gewinnen. Weil die Leute nicht mehr wie verrückt alles nachfassen, sondern on point. Wenn ihr es also macht, habt ihr automatisches Nachfassen. Und wenn ihr anruft, kommen die Anrufe wirklich zum richtigen Zeitpunkt. und man steigert die Abschlussraten. Könnt ihr noch? Gut. Ich habe nämlich noch einen dritten Case, wie versprochen. Ich möchte euch nämlich noch zeigen, wie ihr Kunden onboardet, sodass sie zu echten Fans werden, ohne manuelle Arbeit zu ersticken. Und ich kann euch sagen, das Thema Kundenbindung kann man nicht hoch genug aufhängen. Eine um 5% erhöhte Kundenbindung macht ein Unternehmen um 75% profitabler. Das ist irre. Und was machen wir, wenn Kunden kommen? Häufig gibt es dann so manuelle Prozesse und dann hängt es davon ab, ob der Mitarbeiter gerade einen guten Tag hat oder nicht einen guten Tag hat. Und ohne jetzt das in einem Case genau zu machen, möchte ich mal zeigen, wie sieht sowas aus? In dem Moment, wo ein Auftrag reinkommt, geben wir einen Trigger ans System und dann startet eine Onboarding-Serie. Die könnte bis zur Umsetzung, bis zur Auslieferung, je nachdem, in welcher Branche man ist, sieht das ein bisschen anders aus. Fängt man an, erst mal so im Amazon-gewohnten Handling mit einer Auftragsbestätigung. Und dann kann man weitermachen. Man kann einen Auftragsverarbeitungsvertrag schicken, zum Beispiel die Agenturen brauchen sowas. Man kann ein NDA verschicken, man kann den Projektablauf einmal sauber skizzieren, so wie vorhin bei den Landeseiten, einmal wie auf der Landeseite, sauber skizzierter Ablauf. Die Loft-Film-Kunden kennen das, man kriegt das sogar per Post einfach schön haptisch. Das hat einfach was. Man kann den Projektablauf skizzieren, man kann auch Support-Kontakte direkt weitergeben und den Support-Kanal benennen. Man kann ein Briefing verschicken oder ein Briefing einholen. Man kann Unterlagen einholen. Steuerberater haben das Thema, die brauchen irre viel Unterlagen, bis sie starten können. Kann man automatisch einholen, spart sich irre viel Zeit. Man kann Terminvereinbarungen machen für Projektgespräche. Man kann die Vorbereitung auf die Lieferung, auf die Freischaltung, auf was auch immer, kann man final machen. Dann gibt es den heiligen Moment der Übergabe. Und warum aufhören? Man kann weitermachen. Man kann dann direkt Schulungsbereich freischalten oder Schulungstermine vereinbaren. Man kann die Übergabe machen. Man kann eine automatisierte Bewertungsumfrage machen. Man holt sich einfach Bewertungen bei Google, bei Trustpilot, bei ProvenExpert von zufriedenen Kunden automatisch. Man bittet um eine Empfehlung. Man erinnert an die nächste Wartung, an die Pflege, kann man im Webdesign-Bereich machen, wie in LST, funktioniert überall. Wir verkaufen so viele Wartungsverträge, wie noch nie bei dem Unternehmen, was ich vorhin gezeigt habe, weil wir einfach daran erinnern. Und last but not least, kann man natürlich mit dem Upsell starten, fürs nächsthöhere Produkt. Das machen wir auch bei ganz vielen Unternehmen, unter anderem auch Softwareunternehmen. Und wir haben bei diesem Softwareunternehmen, haben wir nur das Onboarding verändert und haben bei identischer Anzahl an Registrierungen 298% mehr Paid-User, also von Trial-User zu Paid-User bekommen. 298% mehr. Einfach nur durch ein automatisiertes Onboarding. Und das Spannende ist, wenn die Zeit für das Onboarding wegfällt, was die Mitarbeiter brauchen, dann bleibt Zeit übrig. Und was macht man mit der Zeit? Die Extrameile für den Kunden. Wenn man nämlich dann wieder Zeit hat, die Extrameile zu gehen, dann schätzen das die Kunden und sagen, wow. Die kriegen auf der einen Seite das Automatisierte, was nötig ist, und dann die Extrameile. Also, eure Kunden bekommen alle sinnvollen Informationen zur richtigen Zeit, die Mitarbeiter werden entlastet und die Kunden sind restlos begeistert. Kurze Frage, waren die Beispiele interessant? Ich weiß, dass es von hinten sehr schwer ist, alles zu fotografieren, von daher folgendes Angebot. Ihr bekommt die ganze PowerPoint als PDF und wenn ihr wollt, auch noch unsere Masterclass. In der Masterclass zeige ich euch sieben Schritte, noch mehr Beispiele, wie man Umsatz steigern kann durch automatisiertes E-Mail-Marketing. Wenn ihr da Bock drauf habt, ist heute ein Geschenk an euch. scannt einfach den QR-Code. Was haben wir gemacht? In diesem Vortrag habe ich euch ein paar Beispiele gegeben, und zwar ganz komprimiert, wie Automatisierung wirklich funktioniert und wie es für euch eigentlich auch das Business verändern kann. Und ihr könnt mir glauben, wenn ihr diese Techniken benutzt, eure Wettbewerber verstehen die Welt nicht mehr, weil ihr auf einmal mit der gleichen Mannschaft viel mehr erreichen könnt und eure Mitarbeiter werden es euch danken, weil es ein geileres Arbeitsklima gibt. Es ist einfach modernes Arbeiten. Ich habe euch gezeigt, wie ihr aus einem Content-Funnel viel mehr aus eurem Verteiler holen könnt. Wir haben es gemessen, bis zu 32% mehr Kunden aus den gleichen Leads. Ich habe euch gezeigt, wie ihr Angebote nicht mehr nachfassen müsst, sondern wie eine Software das für euch macht. Und ich habe euch gezeigt, wie ihr vollautomatisiert hunderte oder sogar tausende Kunden zeitgleich onboarden könnt, ohne im Burnout zu landen. Jetzt wisst ihr, warum automatisierte Prozesse der smarte Weg sind, um noch mehr Umsatz zu machen. Und dann das richtige Marketing dazu, dann seid ihr unschlagbar. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass Konfuzius schon gesagt hat, ein Leben ohne automatisierte Prozesse ist möglich, aber sinnlos. Ich glaube, das war so. Und deswegen möchte ich euch sagen, was habt ihr jetzt für Optionen? Ihr habt immer zwei. Option eins ist, ihr nutzt irgendwann mal eure Freizeit, die ihr hoffentlich habt, und setzt euch hin und schaut selber auf eure Prozesse. Ja, der Blick von außen ist schön, aber ihr schaut selber auf eure Prozesse. Und ihr seid alle Unternehmerinnen und Unternehmer und ganz ehrlich, ihr werdet alle, gebe ich euch Brief und Siegel, alle Lösungen finden, wie es besser geht. Verspreche ich euch. Das ist nicht das Problem. Das Problem kommt danach. Denn wenn ihr danach die Lösung habt, geht es einmal um die Implementierung und dann fangt ihr an zu recherchieren, welche Software kann das denn? Und da kommt dann so die Idee, oh, gibt ganz viele Lösungen. Und dann fängt man an, Software zu testen, sich dort einzutragen, dort einzutragen, da zu gucken, dann merkt man, die Schnittstelle funktioniert nicht, dann merkt man, oh, da gibt es ein Problem. Wer kennt das Problem mit tausend Software-Tests ohne Ergebnis? Einige. Das ist nicht schön. Und deswegen gebe ich euch gerne die alternative Lösung dazu. Die alternative Lösung heißt, wir gucken mit euch zusammen auf euer Business und erstellen für euch einen individuellen Automatisierungsplan. Und dieser individuelle Automatisierungsplan, der hat den Charme, dass wir von außen genau mit euch zusammen einmal die Prozesse beleuchten und dann setzen wir uns hin und geben euch alles. Das sieht dann so aus. Das heißt, wir haben dann wirklich einen Bauplan, einen Big Picture von eurem Unternehmen und der sieht bei jedem Unternehmen anders aus, wo wir genau sagen, welche Prozesse können wie vereinfacht werden, welche Automation, welche E-Mail-Funnel, welche Landingpages, was braucht ihr da alles, mit welcher Software, dass es ineinander funktioniert und was braucht ihr genau und welcher Aufwand ist drin, wenn man das Ganze umsetzen will. Dann habt ihr es einmal schlüsselfertig da. Und bevor die Frage kommt, normalerweise, also es ist unser Startangebote, weil wir machen am Anfang immer so einen Plan. Wir müssen wissen, was wir in einem Unternehmen automatisieren können. Normalerweise verkaufen wir sowas für 3.500 Euro netto. Ich persönlich finde, das ist ein Schnäppchen. Meine Meinung. Wir haben gedacht, wenn wir auf so einer Messe sind, machen wir einfach ein Messekampfangebot und wir machen das für diesen Messepreis für zweieinhalb und die, die jetzt, also nicht jetzt, sondern nach der Pause oder in der Pause an unseren Stand kommen, die kriegen nochmal ein Topping obendrauf. Mein Wunsch an euch ist, dass ihr jetzt sagt, geil, ihr müsst bitte nicht schneller arbeiten. Bitte nicht. Bitte nicht schneller, bitte nicht härter. Ihr müsst smarter arbeiten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus Applaus